So, da bin ich wieder. Ähm, hier kann ich noch nicht zusammen... Pst, toll. Da haben wir so viele... Pst, hm. Ich finde noch gar nichts, da ich kein Laser hier hab. Oder? Nee, ich wünsch mir nichts Knoppes. Klar, niente. Hier verbräuchte ich einen Spiegel. Aber ich habe keinen. Und damit könnte ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Hm. Rechtsklick und Rechtsklick ist einfach. Ich brauche einen Spiegel. Ah, ich weiß nicht, was da alles zu tun haben kann. Oh, ich stehe ab. Geh und holen hier. Aber ich hoffe, ich bekomme da jetzt nicht nur, äh... Nicht nur Geld raus. Nicht das Ding jetzt, äh... Nicht nur Geld raus. Kein Ding. Ich... Ich wollte gar nicht flüssig spielen. Oh nein, ich habe gerade gesehen. Oh nein, das möchte ich nicht. Ja komm. Ich will erst das Geld haben. Hm, jetzt komm. Vielleicht liegt da noch etwas anderes, was das... außer Geld. Dann war ich mir nicht so. Oh, ich muss gleich ein paar... Oh, davon kann ich mir gleich noch ein paar... K, Bibs, K, Bub's. K, K, Bub's. Wie auch immer man die Dinger nennen will. wir müssen es schaffen die obere hälfte dieser säulen zu drehen hier ist es und rüber page willkommen nein wirklich willkommen wir sind offenbar und jetzt da muss ich die dinge wahrscheinlich ich hole dich da raus muss ich jetzt jedes einzelne dinge drehen oder das kann ja auch gar nicht werden weiter 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 da war einer sogar schon richtig eingestellt wie kommt denn jetzt den letzten noch die Das Ganze noch mal von vorn. Doch nicht doch. Mach du kaputt. Sieht aber nicht mehr so ganz in Ordnung aus, ne? Ne. Kann er gar nicht. Ich brauche ihn ja später. Nein! Ich brauche ihn ja später. Ich brauche ihn ja später. Wie? Nein, Paige, halt. Nein, nein. Oh, schön. Ich werde dich holen. Was? Ich bring dich nach Hause. Wie wird sie mir jetzt holen? Spitz. Spitz. Komm schon. Hm. Das war erst mal deine Hünge. Wir können immer noch die anderen Opfer retten. Wir müssen den Bericht fertigstellen, Miss Jade. Spitz. 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 Und schütteln. Und schütteln. Geben Sie die Deckung nicht auf, Miss Jade. Wir müssen zuerst die Informationen übermitteln. Alarm! 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 Wir werden angegriffen. Das war's für heute. So ein Mist. Manchmal fühle ich mich richtig anskilled. Ich weiß auch nicht. Auch nur manchmal. Normale Attacks wären doch so viel einfacher. Ja, scheinbar richtig. Boah, ich kann mal Karo wieder auflegen. Galer Scheiß. Das sieht aus wie ein alter Aros. Aber Steinsch gemacht. Und ich habe hier fünf, keine Ahnung, zehn, drei, zehn, acht. Keine Ahnung, nicht unterstehen. Was lässt dich? Aber was sich hinter dem grünen Strahl verbirgt, das sehen wir das haben. Und beim nächsten Mal. Ciao.